So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal werde ich meinen Verwandlungsanzug Plus 8 erneut switchen. Wie ihr seht, ich habe ja in den letzten Videos bereits ein paar Mal gedreht. Da habe ich jetzt 1,5 KTP, 5TP Absorb, 30 AW drauf bekommen. Das ist für mich persönlich immer noch nicht ausreichend. Also da ist ja jetzt keine gute Max-Boni drauf. Und ja, wir werden jetzt in diesem Video einfach mal losswitchen. Ich habe mir ein paar DR besorgt. Die habe ich mir von WOND natürlich wie immer gekauft. Da werden wir jetzt auch noch ein paar Gegenstand verzaubern kaufen. Und dann hoffe ich, dass hier mal was Gutes bei rumkommt. Denn, also, die Wunsch-Boni sind auf jeden Fall 2 KTP plus 10 TP Absorb. Das ist auf jeden Fall eine Boni, die will ich unbedingt in der Kombi haben. Und dann eventuell noch AW dazu, Feuer-Dev oder, ja, keine Ahnung. Einfach mal gucken, was rauskommt. Ich hoffe, da kommt jetzt was Gutes. Probieren wir es einfach mal aus, ne? Ich hoffe, das hier ist jetzt kein Fehler. Ja, gut, dann switchen wir mal einmal. Ja, okay. Der war jetzt auf jeden Fall nicht so gut. 500 TP Rest Müll. Ja, das hier ist auch noch Müll. Da kann man auch auf jeden Fall weiter switchen. 10 TP Absorb. Ja, ne. Ne, 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 da ist gar kein TP drin. 1-Core 5 KTP. 6 Wind. Das ist auch noch scheiße. 500 TP, 10 Feuer. Ah, ne, das ist jetzt auch nichts Gutes. Also da muss auf jeden Fall weiter geswitcht werden. Ach, es wäre auf jeden Fall nice, wenn da was Gutes bei rumkommt. Aber da ich ja sowieso nicht besonders viel Glück habe mit dem Switchen, glaube ich kaum, dass da jetzt noch eine gute Boni reinkommt. Und ich hoffe es auf jeden Fall mal. So, dann versuchen wir nochmal. Ja, immer noch nur scheiße. Immer noch nur scheiße. Kommt jetzt auch irgendwie nochmal TP oder so? Ah, Alter, das ist echt... Das ist auf jeden Fall Minus. Wie viel, wie viel der habe ich denn jetzt noch? 100? Ah, ja, gut. Reicht noch für nochmal vier Stück. Wenn nicht, muss ich mir gleich auf jeden Fall nochmal für 10 Won nochmal 1 KDR kaufen. Und dann werde ich nochmal ein paar Gegend schon verzaubern besorgen. Weil sogar... Ich kann die Rüstung auf keinen Fall so lassen. Das geht nicht. Da müssen jetzt dicke Bonis reinkommen. Nein, nur Müll. 1 KTP, 15 Wind, 5 TP Absorgen. Das ist auch noch scheiße. Ne, das kann ich nicht so lassen. Das ist Müll. Brauche ich nicht. Ah, auch scheiße. Und... Auch nur scheiße. Gut, dann... Hoffe ich, euch gefällt das, wenn ich mein komplettes Won hier raushaufe, DR. Apollo 69. Ein bisschen Unterhaltung muss ja sein, ne? Ne. Ja, da. Oh, Mann, nervt das, ey. Da verschwinden die Wonnen. Ich kaufe jetzt einfach direkt schon mal... Einfach die ganze Zeit hier. Ich bin auf jeden Fall ein Pessimist. Ich kaufe jetzt einfach so viel wie geht. Ich glaube, jetzt ist noch einmal drin. Jetzt müsste... Ah, ne. Sie müssten jetzt, glaube ich, so an die 20 Switcher nochmal sein. Vielleicht kommt da ja auch mal was Gutes. Komm. Da. So. Dann probieren wir es mal nochmal. Oh, ich hoffe von den 20 Switchern, da wird jetzt einer gut sein. Na, immer noch scheiße. 1,5 KTP, 15 Feuer. Wenn da jetzt noch 10 TP Absorb dabei wären, dann wäre die Rüstung okay. Aber so ist immer noch scheiße. Ja, ja, am nervigsten wäre es natürlich, wenn hier jetzt irgendwie 5x15er Def oder so käme. Dann würde ich ja komplett ausrasten. 10, nee, auch scheiße. Kompletter Müll. 1 KTP, 10 Wind 6 Feuer, 10 Zauber. Äh, 10 Zwei Handtick. Auch noch scheiße. Auch noch Müll. Oh, ich glaube, das war ein Fehler, die Bonis wegzuswitchen. Hier kommt wahrscheinlich nichts Gutes mehr. Auch noch Müll. Immer noch scheiße. Ja, wow. 1,5 KTP, 30,5 KTP, 2 TP Absorb. Ja, geil, ey. Da war ja eben besser. Nee, weg damit. Immer noch scheiße. 1 K. Oh, Mann. Also so könnten wir hier mal wenigstens... Ich hatte, glaube ich, noch kein einziges Mal 10 TP Absorb hier drin. Kann nicht sein. 15 Feuer. Oh. Kein TP immer noch. 2 K... Ah, 10... Ah. Die falschen Absorb. Ja, das ist natürlich mies. Gut. 4,5 Warn. Ah. Ah, ich habe eine Idee. Jetzt muss ich mich mal hier... in meinem anderen Account einloggen. Dann werde ich jetzt einfach nochmal DR kaufen. Scheiß drauf. Let's try noch mehr. Oh, Mann, 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 Mann. Da gehen die DR-Flöten. Ja. Also 2 KTP, 10... Oder 1,5 KTP, 10 TP Absorb, 15 Feuer. Und noch ein bisschen AW. Das würde mir eigentlich schon reichen, aber... Na ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja mit dem... Mit den nächsten DR was Gutes auf die Beine. Ah, Mann, ey. Das tut richtig in der Seele weh, das hier. So, und mal wieder bin ich sehr optimistisch. Also alles für Switcher. Hier raushauen. Bin ziemlich sicher, dass da immer noch nichts Gutes kommt. Aber wenn jetzt nichts Gutes kommt, dann... Dann muss ich echt überlegen, ob ich dann wirklich weiter switche. Weil ich hab jetzt auch nicht mehr so viel... So. Ach, komm. Wir stellen uns mal vor den Hauptmann. Da hatte ich bis jetzt eigentlich immer relativ viel Glück. Hoffen wir, dass ich da jetzt auch nochmal Erfolg haben werde. Ja. Schon scheiße, ey. Ich glaube, ich hätte sie besser so gelassen, wie sie am Anfang war. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Bekanntlich, ne? So. Oh, das dauert hier immer so lang auf Genesis. Halleluja. Na, machen wir sie mal oben. Na, ne, komm noch mal drunter. So, 24 Switcher. Mal gucken. Müll. Ah, hier haben wir zum ersten Mal 10 TP Absorb drin. Halleluja. Leider ohne TP. Oh, das ist jetzt deprimierend. Das ist jetzt deprimierend. 1 KTP, 15 Feuer, 10 TP. Boah. So eine Scheiße. Warum sind es nicht 2 KTP? Mann. Ah, so ein Scheiß. Ja, Mann, ey. 1 KTP ist Müll. Aber 500 TP, ich weiß auch nicht. Wegen 500 TP jetzt weiter switchen. Das Problem ist, dass ich nicht so viel hab. Wie viel komm ich denn jetzt momentan? Ich glaub auf... Na, mal gucken. Mit den Granatoringen. Mit Alchemy. 25K. Ist jetzt auch nicht so die Welt, ne? Na, es könnten 26K sein. Ach, ich weiß nicht, ob ich's lassen soll. Das ist halt mies. 1 KTP ist scheiße. Oh, Mann, 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 Mann. Ach, ich weiß nicht. Ah, 22 Switcher. Ach, komm, scheiß drauf. No risk, no fun. Boah, das tut jetzt echt in der Seele weh, ey. Fuck, Alter. Jetzt werd ich das echt weiter switchen. Nur, weil's 1 KTP hat. Aber 1 KTP ist in meinen Augen einfach scheiße. Nebenboni sind okay, aber... Oh, Mann. Das tut jetzt weh. Das tut jetzt weh. Äh. 500 KTP. 1 K... 10 Feuerweh... Nee. Schon wieder 1 KTP. Kann das nicht mal 2 KTP sein? Ach, schon wieder 1 KTP. Müll. 2 KTP, 15 Feuer. Wenn da jetzt noch 10 TP Absorb dabei wären. Aber, naja. Mann, dieses Spiel gibt einem einfach nichts. 1 KTP, 5 KTP, 10 TP Absorb und sonst keinen guten Bonis. Das ist auch scheiße. Das ist auch scheiße. Das auch. Oh, je. Nee, ich seh's kommen. Das hier war... Das war ein Fehler. Das war so ein Fehler, das alles weiter zu switchen. Ach, egal. Hätte ja auch was Gutes bei rumkommen können. Schon wieder scheiße. Oh, Mann. 30 AWC. Nee. Nee, 10 TP. Nee, 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 nee. Das lassen wir nicht. Nee, das auch nicht. So, letzter Switcher. 1 K... 5 MP. Oh, Mann. Ach, jetzt bin ich gerade im Switch-Modus. Scheiß drauf. Ich hole mir nochmal 10 Won. Oh, Mann, 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 ey. Ei, 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 ei. So, ich hab jetzt noch auf meinem Verkaufs-Jart 93 Won. Davon ziehen wir nochmal 10 ab. Dann hab ich noch 83. Dann hab ich... Ich hab jetzt... Wie oft hab ich jetzt 1 KDL? Dreimal. So, sind jetzt 30 Won reingeflossen. Ich glaub, es wär günstiger, das Ding einfach fertig zu kaufen. Aber, naja. Jetzt wird halt nochmal ein KDR gepowert. Oh, Mann, ey. Das Spiel, das gibt einem einfach nix. Richtig deprimierend, das hier. So. Die letzten. Ein KDR. Mal gucken. So. Nee. Nicht ich dem Depot. So, hier. So, wie viel kann ich mir nochmal kaufen? Komm ich auf 6 Stück? Ja, das müssten... Jawohl. So, jetzt sind meine ganzen DR weg. Ach komm, ich geh nochmal da hinten hin. Weil's so schön war. Oh, jetzt ist die Scheiße wieder weg. Ach, was soll's. Vielleicht hab ich vom Rüstungshändler mehr Glück. Wir probieren's einfach nochmal. Komm. Oh, ich bin so ungeduldig. Jetzt mach. Aha. Mal gucken. Was sind wir jetzt los? Das ist ne Scheiße. Müll. 1K. Immer noch Müll. Mann, 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 Mann. 1,5 K10 MP. Nein. Danke. Immer noch Scheiße. Immer noch Scheiße. 500 Tipp. Am besten wär ne Feuer-Wind-Kombi, ne? Das wär auf jeden Fall richtig. 1K. 5 Tipp jetzt nicht Feuer. Weg damit. Auch Scheiße. Auch Scheiße. Boah, wie die Switcher hier runtergehen, das ist echt traurig. Das ist echt traurig. Nee, danke. Was ist denn mit ihm hier los? Ich bin's ja mit ihm nicht. Was haben wir jetzt? 500 TP. Ach, auch noch Müll. 1K6 vorhin. Nein. 1,5 K3. Nein. Nein. Oh, Mann, ey. Ist das so deprimierend. 1,5 K15 Wind. 3 TP Absorben. Nee, ich hab jetzt nicht so viel verswitcht, um auf so ne Boni umzusteigen. Oh, ist das ein Scheiß. Nee, komm. Auch Müll. Auch Müll. Komm, jetzt ziehen wir's einfach durch. 1K. Nein, Müll. 2K, 3 TP. Jetzt im Fall Müll. Und das letzte. Müll. Oh, leck, ey. Ja, jetzt ist die Frage, ne? So ein Scheiß-Trick. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Schade. Gut, dann heißt es jetzt erstmal ein bisschen nach IQ suchen. Ich hoffe, ich krieg halt bald ein Band. Und vielleicht kaufe ich mir einen einfachen Verwandlungsanzug mit richtig dicken Bonis fertig. Mal gucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal wieder nur Scheiße geswitcht hier. Da je, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.